Es ist Zeit für den Game-Two-Zock-Slot Ready Player Two. Und heute wird es wieder unspielbar mit der guten Nasti. Hi! Oh, shit. Ich hab ja grade schon gesagt, eigentlich kannst du auch anmoderieren. Du hattest den durchaus relevanten Einwurf, dass du gar nicht weißt, worum's geht. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Warum bin ich hier? Was passiert hier? Wie sehr werd ich schreien? Ich bin froh, dass wir hier eine Plexiglasscheibe haben. Das ist gar nicht nur aus Corona-Gründen, sondern auch aus Selbstschutzgründen, dass ich ein bisschen Sicherheitsabstand zu dir habe. Mhm. Also, wir haben ja diese schöne Kategorie unspielbar bei Game-Two. Du hast die auch noch nie gemacht. Nee, ich schneid die nur regelmäßig und erfreue mich an dem Leid anderer. Ja, jetzt ist das mal umgekehrt. Jetzt darf ich mich an dem Leid von dir erfreuen. Aber wir haben uns normalerweise für unspielbar die Regel gesetzt. Tim hat das irgendwann mal erdacht, dass wir keine Spiele spielen, die halt absichtlich schwer sind. Also, so was wie Wanna-be-the-guy oder Getting-over-it-with-Bennett-Dingsbums. Pogo-Stick ist so ein Kram. Was? Pogo-Stick? Pogo-Stick? Mhm. Wo man so ein ... Aber ist das nicht ein Hammer? Was? Ist das nicht so ein Typ im Eimer mit einem Hammer? Nein, nein. Nein, nein. Das ist ja auf einem Pogo-Stick, wo du so versuchst, immer höher zu kommen. Egal. Ja, ist ja auch egal. Was erzähl ich dir von Videospielen? Das Schöne ist ja, wir sind ja hier jetzt in einem Ableger von unspielbar. Und hier können wir eigentlich spielen, was wir wollen. Aber trotzdem dachte ich mir so, ja, hier, Getting-over-it, das ist irgendwie, das, nee, das ist zu billig. Mhm. Ein Blick. Deshalb hab ich mir gedacht, nehmen wir halt Golfing-Over-it. Das ist ein Spiel. Und dieses Spiel ist einfach ein dreistes Rip-off von Getting-over-it mit einem Golfball. Hm. Nasti. Klick dich doch mal auf diesen weißen Golfball in deiner Taskleiste und probier dich doch mal an diesem Spiel. Äh. Das wäre ja zu einfach gewesen, weißt du? Ich glaube, Golfing-Over-it, das ist es. Hier das oder was? Mach mal spielen, genau, ja. Soll ich dir was zur Prämisse erzählen, was du jetzt tun musst? Ja, oh, fuck, ich seh's schon. Es ist einfach, es ist selbsterklärend. Es ist pure Freude. Es macht wirklich ... Es macht sehr viel Spaß. Ich muss jetzt wahrscheinlich auch noch über die ... Oh Gott. Das ist die falsche Richtung. Das ist die falsche Richtung? Okay, ich dachte, das wäre ... Stopp! Ah. Nein, stopp! Stopp! Warum stoppt er nicht? Okay. Ja, weil der rollt, ist ein Ball. Schlaue, kluge Sprüche kann ich. Äh, muss ich, natürlich muss ich über den Baum, ist jetzt nicht ... Aha. Mhm. Aha. Also, ich kann, ich hab selber nicht gespielt. Mhm. Wir haben uns auch die Option, oder ich hab vielmehr die Option. Oh, super, ne? Okay, sorry. Jetzt nicht gleich cheaten beim Anfang. Das ist halt ... Das Problem ist, dass es nur mit der Maus geht, ne? Man muss das so hässlich ... Puh. Oh, so geduldig. Also, ich kann dir, ich kann dir ein, zwei Tipps geben. Ich hab selber nicht gespielt, so fair muss ich sein. Ja. Ich, äh, wir können uns nachher auch abwechseln, wenn du sagst, ne, ich kann wirklich nicht mehr. Ich komm wahrscheinlich noch nicht mal über den Baum. Ist ja immer noch beim Baum, nach, weiß nicht, anderthalb Stunden. Okay, mach du mal. Äh! Aber ich kann dir einen, äh ... Kann ich irgendeinen Super-Push machen? ... geben. Du kannst mehrmals schlagen, also auch in der Luft. Okay, Lügenbärt kann ich nicht. Nein, kannst du wohl. Du musst halt nur, glaub ich, den Schlag aufladen. Ah, okay. Dann hast du zumindest ein bisschen Chance. Äh. Oh. Jetzt nur den nächsten Ast. Ah! Guck mal, nein. Kacki. Oh Gott. Oh mein Gott. Hm, 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 hm. Ah. Warum? Yes! Oh, sehr schön. Der war gut, der war gut. Ah. Oh. Fein. Guck mal, wie hat er eine Errungenschaft? Über den Wipfel. Warum, warum hab ich grad so gesprochen? Weil's Freude war. Über den Wipfel. Oh Mann. Weißt du, ich dachte, da kommt irgendwas. Stop! Ich dachte, da kommt irgendwas. Ach. Bitte? Was? Irgendwas mit Spaß. Ey, das macht bestimmt auch Spaß. Du musst halt nur. Entschuldigung. Ja, was muss ich? Du musst halt nur mit dir selbst im Reinen sein bei diesem Spiel. Du musst hier Ruhe bewahren. Ah! Komischerweise, als ich das so durchgespielt hab in meinem Kopf, so, für wen wäre denn dieses Spiel was, müsste ich irgendwie an dich denken. Komisch. Du bist mal so ruhig und so besonnen bei der Arbeit. Fick! Du musst dich durch nichts aus der Ruhe bringen. Du bist einfach die Ruhe. Oh. Das wird wahrscheinlich öfters passieren. Ich weiß auch nicht warum, ne? Ich habe grundsätzlich, ich red auch schon wieder so, ähm, ich hab sehr wenig Geduld und ich weiß nicht warum. Wirklich, ist mir nie aufgefallen. Hm. Fick dich! Okay, okay, okay. Okay. Ja? Hm. Oh! Warum? Egal. Warum kann ich denn von da jetzt nicht den Doppelbubbi machen? Jetzt konnte ich ihn natürlich machen. Ich glaube, eigentlich, du kannst ihn auch schnell hintereinander machen, meine ich. Ich habe mir witzigerweise, deshalb bin ich auch ein bisschen auf dich gekommen, ich habe mir nämlich ein Video von Marketplayer angeguckt. Ja? Hallo, Nasti. Red doch mit mir, was ist denn los? Ja, du hast den Video von... Ja. Ja. Ja? Genau deshalb. Und wegen Marketplayer habe ich an dich gedacht. Ich habe mir das ganze Video halt angeguckt und ich weiß leider auch, alles, was noch kommt, ist... Das wird wund... Ich will doch da nur hoch, du dummes Kacken. Okay, okay. Ich kriege das hin. Gar kein Problem, weil ich muss da ja nur hoch... Da Sebastian Sadist ist, ist bestimmt niemand bei rbtv sein Freund. Traurig, aber wahr. Ich mache es auch nicht besser damit, glaube ich. Wir sehen uns danach nie wieder. Wir werden heute Zeuge, wie Basti im Hangy-Studio in die Wand geklatscht wird. Hat er ge... Ich habe es gerade nicht verstanden, was er gesagt hat. Ich habe auch... Hat er... Hat er Russisch oder so gesprochen? Also ich habe es auf Eng... Vielleicht kannst du die Sprache einstellen. Also es gibt die auch auf Englisch. Nein, stopp. Das ist ja das Schöne, es gibt zwischendurch immer noch diese beruhigende... Meta-Ebene, dass er dir erzählt, was dieses Spiel eigentlich sein soll. Ah, ich bin auf der falschen Seite wahrscheinlich. Korrekt. Du schaffst das. Nassi, du schaffst das. Ich glaube an dich. Du musst ja nur in den... Nassi, weißt du, manchmal liebe ich meinen Job. Ah, es war Englisch nur mit heftigem Akzent. I see, I see. Bleib da! Okay. Sprachsteuerung wäre auch sowas für das Spiel, glaube ich. Ah. Warum denn? Warum lullert er denn dahin, der Pimmel? Weil der Pimmel rund ist und der Ball davon runterrollt. So. Oh, und jetzt kommt... Oh Mann ey. Ich komme da nie wieder hoch. Das war so... Ja, hier, wir werfen dir einen Keks hin. Ja, das war so das erste Leckerli. Das ist jetzt die Erziehungsmaßnahme. Jetzt musst du halt nochmal... Das Kunststück hier musst du nochmal können. Das wird dir Dean erzählen, dass das genauso funktioniert. Ja. Oh nein, nein, nein. Oh nein, nein, zu viel. Nee, war gut. Sehr gut. Fuck, ja, aber der ist jetzt... Du musst halt so ein bisschen schräg und dann gleich wieder nach rechts. Ja, aber weißt du, wenn ich ein bisschen schräg mache, dann fliegt der komplett hier hin und wieder runter. Halt mal gedrückt. Ja, so nicht. Genau. Oh, ja, okay. Ich war grad nicht sicher, ob der mit dem Ball spricht oder mit mir. Nein! Oh Gott. Ich war schon kurz. Ich, ähm... Oh Gott, mir ist jetzt schon warm, ne? So. Das Spiel ist ganz kurz. Ja, ja. Es wird nicht noch wärmer oder so. Das ist gleich fort. Nein! Oh, gut gerettet. Gut gerettet. So, jetzt kommt der Spaten. Das ist jetzt die Kür. Du hast die erste... Das darf man schon mal sagen, das war schon mal ein Erfolg. Du hast schon zwei Achievements freigeschaltet, du hast es quasi fast schon durchgespielt. Da kommt nicht mehr viel. Ich hatte auch schon narrativen... Das sind Tannen. But, how? Sir Niklas wünscht sich einen Schlagcounter. Das wird... Okay. Schläge gegen mich oder Schläge gegen den Golfball? Das ist die Frage. Die Schläge gegen dich kann ich gleich sofort anfangen zu zählen. Eine Sekunde. Oh. Da war die Pastatur im Spiel. Ja, ich... Ich... Ich halte einfach hier, weil irgendwas muss ich... Warum? Aber ich kriege ihn halt nicht hoch genug. Das wurde... Ja, ich wollte auch gerade... Guck. Aber er muss ja da rüber. Ey, wenn ich den dann da rüber... Du kannst auf den Spaten. Ja, genau. Ich balanciere jetzt auf den... Zum Beispiel. Vielleicht kannst du vielleicht auch dreimal schlagen? Also nicht mich, sondern immer noch den Golfball. Ja. Halt nur mit fuller... fuller Power. Ah, das ist nicht. Aber... Uh. Ah. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja, ein bisschen schräger dann. Ah, ah. Du bist auf dem Weg. Nimo. Was? Bitte? Oh, jetzt hast du einen Hunde-Torteil... Ah. Verspielt. Ja. Ah, zu spät. Oh, Nimo. Das ist gerade mal wie groß. Ich weiß nicht, wer Nimo ist. Aber Nimo ist ganz doll schuld daran, dass dieser verdammt Golfballer nicht rübergeht. Oh, Nimo. Oh, shit. Mann. Wie machst du das denn? Rechte Maustasteil. Ah, oh, das ist ja fies. Ja. Kann man das deaktivieren? Tell me about it. Keine Ahnung. Nein, natürlich nicht. Wenn du Escape drückst, gibt's da noch... Nee, ich geh jetzt hier nicht... Okay, okay, okay. Ich sag ja gar nicht. Entschuldigung, ich wollte nur helfen. Ich wollte wirklich nur helfen. Gar nicht. Ich will dir nichts Böses. Ha! Oh! Aber ja... Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, nemo. Yes, Sir! Sogar mit zwei Schlägen nur. Ja, ja, ich hab das denn gemacht. Also ich mein, klar hab ich das geguckt. Oh, ich glaub, er hat dir was zu erzählen. Nein, nein. Oh, gut. Direkt auf den Schläger. Ich. This game is a different take on a game that came out in 2017 titled Getting Over It with Bennett Foddy. Wer hätte erwartet. Wer hätte erwartet. Was an australian designer known at the time as the father of intentionally bad controls. Weird, unresponsive and hard to understand, intentionally bad controls are bad in the sense that they are suboptimal for the task at hand, making a challenging and infuriating experience of what otherwise called will be a walk in the park. Natürlich. And yet, they often make for amusing games. Stimmt. In getting over it, your task is simply to climb up a mountain. You dragging yourself with a hammer while sitting inside the cauldron. Hammer? Kein Pogo-Stick. Kein Pogo-Stick. Aber Pogo-Stick ist, ja, du bist so ein Männchen aus so einem Rücken. Pogoing over it, oder was? Ne, einfach Pogo-Stick. Wir hören ihn dazu. Weil ich nämlich... Du willst Zeit finden. Das Ding ist, ich sehe diese... Was? Ich sehe diese Lücke. Und ich werde da reinfallen und werde ganz am Anfang. Ich lande wieder ganz am Anfang. Nein. Oh, ich habe das nicht davon abgemacht. Guck das mal nicht. Ja. Oh, das ist zu klein. Ja. Tito. Er hat ganz schön viel zu erzählen. Er bringt mich auch raus. Ich habe auch nicht hingehört. Oben rechts im Menü ist ein Schlag-Counter. Oh, 208. Okay, das ist interessant. Das ist gut. Da kann man nachher nochmal drauf gucken. Fuck, Alter. Ich werde den jetzt hochholen und dann werde ich den versuchen, da rüber zu hauen. Und es werden... Es werden zwei... Zwei Dinge werden wahrscheinlich passieren. Erste Sache. Ich lande einfach hier unten. Zweite Sache. Ich knall hier gegen, wo man nie hätte gegenknallen und knall zurück und lande dann unten. Ja. Zwei gute Tipps. Aber ich sag mal so, du hast da auch so einen schönen Zaun, weißt du. Da kannst du so einfach reinfallen und der Ball ist sicher. Das schaffst du. Zwei Schläge. Falscher Zeitpunkt. Gut, dass ich nichts sagen muss, sondern... Never gonna give you up. Übung macht den Meister. Was bitte? Übung macht den Meister. Ja. Und das gibt mir auch so viel Fun. Mein Leben ist bereichert durch Spaß. Fick dich in dein... Es hätte sich gereimt, hätte ich gesagt. Nemo! 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 Oh Gott! Ich dachte erst, mit Nemo würdest du dich selber tensieren, damit du keine übleren Schimpfwörter in den Mund nimmst, aber anscheinend... Ah, nein! Entschuldigung, ich hau hier auch nicht mehr drauf. Es tut mir leid, aber ich bin... Oh, jetzt ist das so ein Lollipiss am Schlag, oder was? Definiere Lollipiss. Nemo! Sehr schwach. Mano! Piu! Ja, so. Und jetzt kommst du da auch noch mal hoch. Nemes90 fragt, was denn das für ein Spiel ist. Golfing over it. Scheiß ist das. Nasty würde ich nach dieser Session auf jeden Fall stark empfehlen. Das macht große Freude. Mhm, hm, 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 hm. Stopp. 2 Hours later. Aha, aha... Hä? Bin ja wohl... Oh! Ah! No! Oh, Scheiß. Ey, ich fieber wirklich auch mit. Ich schwitze aber einfach ohne Grund. Naja, doch. Grund genug hast du. Och, stop it! Ey, es lief doch so... Vor allen Dingen... Wenn ich dann oben wieder angekommen bin, dann kommt wieder diese Ecke mit dem... Das ist so ne neue Chance, über diese Lücke rüberzukommen, genau. Och, come on! So... No, 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 wo wollen wir denn hin? So... Nein! Oh doch, okay, war gut. No, was verdomme. Ich versuche mich gerade selber zu beruhigen. Du machst das gut. Mhm. Nemo. Nemo. Ich weiß nicht, warum das passiert. Ey, das ist jetzt einfach etabliert. Nemo. Oh nein. Mein Gehirn macht manchmal sehr komisch. Oh, schon wieder. Ja, und was hattest du sonst noch so geplant für den Abend heute? Ja, und das ist der Vorteil, der Slot geht ja nur zwei Stunden. Das ist so die Absicherung. Das wäre nicht zu lange. Nicht so wie das eine Mal mit Marco sieben Stunden lang. Das war wundervoll. Nö, nö. Du weißt, du kennst es. Ich weiß, ich kenne es. Ja, es ist halt lustiger, Leute dabei zuzusehen, wie sie leiden. Wirklich? Ja. Halt dich für ein Gerücht. Och, komm. Leck mich doch am kleinen Finger, ey. Nemo. Ja, gut, kleiner Finger war er. Hast du gut gerettet. Das war der kleine Nemo. Der kleine Nemo. Oh Gott. Nee, nö. Oh Mann. Wieso komm ich denn da jetzt nicht mehr? Ich hatte das Gefühl, am an... Ja, es ist wieder dieses am Anfang, weil man dann sich nicht so viele Gedanken macht. Geh da jetzt einfach rauf und dann gehst du da einfach rauf. Weißt du? Jetzt kommt, glaube ich, nur der schwerere. Stop it. Oh. Easy peasy. Jetzt würde ich mal gleich links, oder? Ja, ich... Oh. Irgendwie... Ich habe dir das nicht empfohlen. Irgendwie möchte er ja nicht. Na gut. Oder er ist rechts. Nee, guck... Nee, warum denn? Nee, ach, das war jetzt aber auch übermütig von mir. Das war jetzt ein bisschen... Komm mal weg da aus der Lücke. Nee, das war zu weit. Okay. Ähm... Ja, auch die Sounds. Sie sind wundervoll. Sie machen einen so richtig... Man kriegt da Erfolgserlebnisse durch. Auf jeden Fall. Es wurde sich gerade schon Fahrstuhlmusik im Chat gewünscht. Weil es fehlt halt auch Musik. Mhm. Das ist nochmal so die zusätzliche Strafe. Mhm. Stopp, Mann! Oh, no, 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 no! No! Uh! Okay. Hatte ich nicht mit gerechnet. Ich auch nicht. Aber hey. Manchmal muss man halt... Einfach Glück haben! Haha! Pumpe! Oh! Es sind auch erst 327. Never gonna give you up. Und so weiter. Ähm, ja. Mal gucken, wann ich da wieder hochkomme an diese Stelle. Und dann wieder komplett runterfalle, weil... Nein, nein, nein. Ah, nee, das sag ich jetzt noch. Oh, das war zu viel. Das war zu viel gewollt. Ich will immer einfach zu viel, weil meine Ungeduld nimmt mich an der Hand. Und sagt, komm, komm, schnell, schnell! Ja. Lass weiter, lass weiter! Anstatt einmal ein bisschen durchzuatmen. Man, stop it! Nö, das war zu viel. Oh! Wieder zurück. Ja, hier geht aber auch nicht dreimal, ne? Wollte ich noch mal sagen. Ich hab's auch nicht gespielt, deshalb kann ich's ja nicht sagen. Also, ich weiß, dass es irgendwie geht, aber ich kann dir nicht sagen, wie oft. Ich weiß nicht, was ich gerade... Jetzt hat sich so angefühlt, als hätte ich nach links geschossen. Fick dir! Bidi, bidi, bidi! Bidi, bidi, bidi! Bidi, bidi, bidi! Puh! Mhm, 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 no, 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 no! Kleiner Ball! Erleboros sagt, unspielbar hat eher was Therapeutisches. Du musst dich mit dir selber auseinandersetzen, Nasti. Du musst selber deine Hürden einreißen. An deiner Geduld arbeiten. Habe ich dir schon mal erzählt, dass ich kein Yoga mag? Okay. Das erinnert mich so ein bisschen dran. Weil Yoga macht mich tatsächlich aggressiv. Ich weiß, kompletter Schwachsinn, aber ich weiß auch nicht warum. Aber ich komm... Das ist ein Dollar, glaub ich. Schla... Ja, nee, geh einfach... Oh. Okay, der erste Schlag, der gefährlich in meine Richtung ging. Pass auf! Ja, könnten wir vielleicht Musik einbauen hier so netterweise? Ja, so ein bisschen Fahrstuhlmusik so? Zum Entspannen, glaub ich, ist für dich auch gar nicht verkehrt. Ich weiß halt nur nicht, ob wir Fahrstuhlmusik in petto haben. Ach, verdammte Axt. Ich würd lieber wieder meinen... Ey, sag mal so, 20 Minuten, du hast das erste Hindernis hinter dir. Ist doch schon mal gut. Das ist zu doll! Du hast ja schon drei Hindernisse. Oh, du altes Arschloch! Ich hoffe, du meinst das Spiel. Giddybum! Nooo! Ich hab's gehört, als nächstes wird ein Getting-Over-It-Klon mit Yoga gespielt. Finde ich auch gut. Also ich find, das ist ein ganz komisches Phänomen bei mir, dass ich eben Yoga gemacht hab und dachte, ich krieg einen Anfall. Einfach weil... Ich kann das nicht, wenn mir jemand sagt, wann ich wie atmen... Wann ich wie atmen soll, weil ich dann komplett durcheinander komme und dann anfange, nur noch Sternchen zu sehen. Oh, okay. Die Frage ist, hast du das per... Wie hast du das denn gemacht? Also warst du in einem Kurs? Ja, ich hab zweimal versucht, so einen Kurs zu machen, auch unterschiedliche Lehrer und so, weil manchmal sagt man ja auch, es liegt dann an dem... Haben die jeweiligen Yoga-Lehrer überlebt? Meine Hände sind auch schwitzig! Das Problem mit Warnersuchen, das ist eine gute Taktik. Ich weiß überhaupt nicht, das war ich nicht, das waren meine schwitzigen Hände. Eigentlich müsste Basti jetzt nebenbei Yoga machen. Ich kann nichts Yogamäßiges, deshalb... Kannst man Dean fragen, wie man diese Hundeposen macht? Dean? Kann die dir vormachen vielleicht. Ey Dean! Zeig mir mal Yoga-Posen! Dann guckt fragend, ja. Halt's Maul, okay. Die schreit da schon wieder rum. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr schönes Level. Ach komm... Never... Aber wir haben Musik. Doch, doch, die fühle ich, die passt gut dazu. Mhm. Wundervoll. Ich liebe sie. Bleib doch einfach mal da oben, du! Wird schon im Chat gefragt, ist nur das Spiel geplant? Ja, Sebastian. Also, ich hatte mir auch schon gedacht, dadurch, dass ich das Spiel auch nicht kenne, wir können es auch mal abwechseln, wenn du sagst. Jetzt. Alter! Kein Bock mehr. Ich bin ja kein Unmensch. Das ist was draußen, der immer nicht ankommt. Weißt du, nur weil ich mir halt witzige Spiele aussuche. Ach, nö, nö! Für meine... Kollegen und Kolleginnen. Nein. Also, ich fühle mich mega entspannt, sagt iRobbie. Robbie? Kann ich nur bestätigen. Jetzt mit der Musik. Ein spannendes. Ah. Basti provoziert nur, weil Nasti sich ja nicht abgibt, wenn es ihr angeboten wird. Das war natürlich nicht, um noch zusätzlich zu provozieren. Nasti ist eine sehr gute Spielerin. Egal, ob ich jetzt übernehme oder nicht. Mhm. Nein! Oh, gut gerettet. Supergut. Jetzt. Ja. Ja, 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 ja. Der kleine Oschi da, der da so... Der Oschi, der Nemo, der... Ja, ein bisschen links auflegen. Sehr gut. Und nach rechts. Nice. Ja, ja, und jetzt ist halt... Ja, genau. Ja, und dann... Na gut, aber jetzt halt zweimal. Oder? Oder einmal? Okay. Ich weiß es doch auch nicht. Stop it! Ah! Oh Gott, ich kann... Hochclown nochmal schlagen. Es würde... Hätte jetzt retten können oder hätte auch, ne? Ja gut, das stimmt, ja. Hm. No, 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 no! Ich würde glaube ich direkt... Genau, weil da warst du jetzt hoch genug. Du musst halt nur hoch genug kommen. Ja, aber dann bin ich wieder zu doll und dann jochelt er dagegen und... Wenn du so wie eben gerade, so leicht schräg nach oben, also nicht nach links, so leicht schräg nach oben, dann beim zweiten Schlag? Ja. Sebastian! Ich hab wirklich versucht zu helfen. Ah, la 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 la. Der Ball muss einfach nur auf die Wiese rauf. Wenn man das zwei Stunden ohne Schreikampf durchhält, hat man die Challenge geschafft. eindeutig moralischer Sieger über das Level. Das ist eigentlich die Aufgabe. Mhm. Du musst es gar nicht schaffen, du musst nur einfach dich dem Hass nicht hingeben. Mhm. Ich kann damit grad nicht umgehen. Was jetzt genau? Antworte mir doch bitte. So. Lieber was Ablenkendes erzählen, dann ärgert man sich nicht so. Wenn du dieses Spiel jetzt bewerten würdest. Ja. Sehr gute Lache. Oh Gott, ich hasse alles. Also Level-Design, muss man sagen, ist ja schon mal Top-Notch. Ey, es ist... Ich hab noch nie so realistische Steine gesehen. Ich fühl mich, als wär ich da. Auch so aus Perspektivgründen überhaupt nicht aufeinander passen, by the way. Ach, Kleckmann. Jetzt kann er da stehen, oder was? Vorher... That's what? Ja, ja, er war zu lasch. Arschloch. Fick dich. Ich werd irgendwann einfach nur noch Granti. Nemo! So ein bisschen wie Klippo. Klippo bei Beleidigungen. Nemo! Ja, aber Nemo, das zu sagen, irgendwann bringt das das nicht mehr. Nee? Never gonna. Lali-lu. Lali-lu. So. Der Jochen muss hier einfach nur... Der Jochen hat's geschafft. Nach! Nemo! Puh! So... So... Alter! Das war Profimäßig. Muss man mal sagen. So, direkt auf die Kante. War so gewollt auch. Nicht hoch genug. Nicht hoch genug. Du musst... Versuch mal... Ich weiß nicht... Ja! Zuzudäulen nach links! Nein! 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 Nimm mal auf, auf was, wofür zu spielen, oder was? Nur weil das... Das Gefängnis jetzt raus ist. Aber echt? Gibt's ein neues Level? Yes! Ja, Sebastian, das nehme ich, weil du nicht mehr mit mir spielst. Allzeit bereit. Naja, unsere restliche Crew hat, glaube ich, Angst vor Geistern. Und so, das ist vielleicht das größte Problem. Du hast aber nichts zu tun! Ich nehme mal kurz einen Schluck. Voller Wut getrunken! Ja, wie wirst du nochmal draufgekommen? Auf dieses Spiel? Also, wie hast du es gefunden? Ich hab ein... Bitte? Ich hab ein Video von Markiplier gesehen. Hat er das gespielt? Mhm. Oh mein Gott, warum tut er sich das an? Ich dachte mir auch, ey, vielleicht kennst du das daher schon. Das wär fast ein bisschen unfair. Nein. Ich glaube, selbst wenn man's kennen würde, würde es keine... Naja, zumindest würdest du jetzt noch wissen, was kommt, und wär's vielleicht noch demoralisierter. Och! Er will einfach da jetzt nicht mehr hin, der kleine Boy. Komm, wir haben das doch jetzt ein... Einfach lächeln. Nö, na, wo? Nö, wo? Nee, nee, und dafür hat sie doch den wieder runtergehauen. Na klar. Wie lang geht das schon? Ich bin grad erst dazugekommen. Nasti, was ist so passiert bis jetzt? Keine Ahnung. Es ist einfach immer wieder dieselbe Scheiße, und sie wird nicht aufhören. Weil das ist Anfang des Levels, weil ich ja schon mal ganz oben war und dann wieder runtergefallen bin. Wie's im Leben auch so ist. Man ist mal ganz oben und fällt dann wieder runter. Eben, das Spiel ist eine Metapher. Es ist ein Kunstspiel. Es ist eine Metapher aufs Leben. Man muss sich durchkämpfen. Man muss den Ball ins Rollen bringen, aber auch immer vorsichtig sein dabei. Und er rollt... Pum, 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 pum! Pum, 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 pum! Ah. Wir hätten viel früher mit dir unspielbar machen müssen. Das ist fantastisch. Nein, aber... Du wirst jetzt, glaub ich, einfach in jedem unspielbar vorkommen. Nee, wir kommen jetzt an! Warte! Ich würde dir so gerne auf die Schulter, aber das kann ich auch nicht. Ich hasse diese Stelle. Ich kann's nicht mehr sehen. Wo bin ich denn jetzt? Es geht nicht mehr, Sebastian. Rick Sanchez. Ich freu mich schon darauf, wenn sie wieder am Anfang landet. Was? Es geht nicht mehr. Hä? Mach mal Alt und Tab. Das ist vielleicht aus dem Spiel raus. Noch mal ins Spiel rein. Komm. Jetzt geht's, oder? Ah, ja, jetzt. Okay. Ich hab einfach mal selber... Ach so, hast du gefixt? Ja. Ich hab auch keine Ahnung gehabt, ich hätte neu gestartet sonst. Ja, lass uns einfach neu starten. Na, Stee, du machst das. Du machst es über diese Steine jetzt hinweg. Und dann auch über den Spaten und die Tannen und das Loch im Boden. Das wird super. Bestes Spiel ever. Ah! Nee! Och! Ach, weißt du, ich hab mich gefragt, ich hab vergessen, wie dieser Baum aussieht. Ist das eigentlich eine Birke? Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht solltest du noch mal zum Baum, um noch mal nachzugucken. Ja, aber sie war ja weiß-grau, ne? Warte, ich geh noch mal gucken. Ja, ja. Aber die sieht nicht, oder? Ist das gesund? Das sieht nicht gesund. Solltest du dir noch mal angucken. Wir sind da was auf der Spur. Ja, meinst du? Ich glaube, dem Baum geht es nicht gut. Der braucht Gesellschaft. Okay, warte, ich guck mal. Trauriger Baum ist traurig. Aber gut, dass es dem Golfball gut geht. Ja. Weißt du, wir werden auch wieder positiv sehen. Nein, warum hab ich ihn denn gestoppt in der Mitte? Bin ich dumm? Nein. Was ist passiert? Das waren deine schwitzigen Hände. Nemo. Nemo. Ja, jetzt komm und wir wissen alle und dann, ja, hm. Gar kein Problem, weil... Denzelodge schlägt einen Neustart vor. Warum? Ach nee. Es ist doch schon neu. Du bist ja schon über den Baum gekommen. Das wäre natürlich jetzt doof. Dich zurück zu... Ja, ja, ist doch auch mega cool. Ich mein... Wenn ich das jetzt hier drei Stunden mehr angucken muss, dieses Level... Wir steh da jetzt auch durch. Alter, ich verstehe es halt auch einfach nicht. Warum kriege ich... Ich sag mal so, du hast es ja schon mal geschafft. Ja, und dann ist mein Nervenkostüm zersplittert immer mehr, weil ich hier immer wieder lande! Bitte? Ja, also diese Steine, die sind schwierig. Weißt du, wen ich besonders mag den grünen Stein? Ja. Fick! 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 Nein! Falsche Richtung! Ich wollte... Weißt du... Grüni und ich... Ihr werdet hier als richtig gute Freunde rausgehen. Ja, ja. So ähnlich wie wir beide. Hör doch einfach auf. Nein, 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 nein. Was macht dieser Golfball überhaupt in dieser schnöden... Ich sag mal so, vielleicht hat der Entwickler des Spiels, der so einen schönen Off-Kommentar hat, auch noch darauf eine Antwort. Vielleicht ist das wirklich was Metaphorisches. Oh, da nimmt sie gleich zwei. Wird ja zu langweilig, ne? Die Herausforderung ist nicht groß genug, da musst du gleich zwei Steine überspielen. Ja, das ist meine... So, der Ungedulds-Zippi kommt bei mir durch, weil ich dann immer so sage, ah, jetzt noch schnell, jetzt noch einmal schnell da den Louis raushauen. Aber... Noch mal schnell den Louis raushauen. Nemo. Hm, ja, ja, nee. Ja, ja, nee, wollte ich... Ja. Oh, das ist ein schöner Kommentar. Sebastian ist aber schon klar, dass er, um den Raum zu verlassen, erst an Nasti vorbei muss. Hab ich nicht kalkuliert, geb ich zu. Vielleicht übernachte ich hier heute auch einfach. Ist eigentlich ganz gemütlich, der Stuhl ist bequem. Ja. Wollte grad sagen, Dien könnte sich vielleicht auch noch in den Weg legen, damit du nicht so schnell wegrennen könntest. Da stimmt auch noch ein Wachhund dabei. Ja. Eieiei. Uff. Aber ich hab ihm heute Mittag Papier zum Spielen gegeben, der mag mich. Ich glaub, Dien lässt mich durch. Spring doch einfach gleich ganz drüber, oder? Ja, nö, spring doch einfach gleich, Sebastian. Gar kein Problem. Zu dem... Das ist super easy. Gar kein... Ich wollte wirklich nur helfen. Ich mach das auch nur, weil ich's super spannend finde, die ganze Zeit. Sag ja nichts mehr. Ach, Mann. Meine Nase juckt auch schon. Ich dachte halt... Ja, ich dachte halt auch... Drüber, weißt du? Okay, 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 okay. Ich sag ja nix mehr. Ich sag ja nix mehr. Ähm... Ich komm... Die... Krieg ich ihn vielleicht auch... S... Smoothig? Smoothig? Ich will noch ein bisschen vor... Ja. Ein bisschen. Grad wie beim Minigolf. No, 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 Senior. Ah, okay. Gut, 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 gut. Also ich würd halt, glaub ich, versuchen, gar nicht in diesem... Untergrundzippel. So, das war's. War schön. Ich hab's geschafft. Ja, also ich sag mal, wenn ich das jetzt in Prozente fassen müsste, wären das jetzt... Fünf Prozent vom Spiel. Vielleicht zehn. Irgendwas dazwischen. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Ja. Dass man da hinten abstürzt, das muss passieren, ne? Das ist so. Naja, nee, wenn der... Also bestimmt, also... Ja, nee, also bestimmt. Ich sag mal, dem Marketplayer ist das schon auch... 20, 30 Mal passiert. Aha. Ich hab keine Ahnung mehr, wie ich den Lurie darüber gewusstet hab. Du hast den Lurie auf jeden Fall richtig schön rausgeprescht. Also richtig doll hast du draufgehauen auf den Lurie. Das hat geholfen. Ja, aber vorhin... Vergangenheitsnasti. Ja. War halt noch entspannt und locker. Hat sich gedacht so, oh, voll Erfolgserlebnis. Easy peasy hochgekommen. Und ich hab jetzt halt 300 Jahre da schon unten abgehangen, weißt du? Möchtest du jetzt nicht noch mal runter? Du möchtest jetzt über die Tanne und gleich... Und ich weiß, was da kommt. Du musst... Genau, ja. Ja, weil er da so einen kleinen Zipfelschniedel hat, oder was? Du musst jetzt mal einen Zipfel rüberschniedeln. Den Lurie. Nicht den Lurie hauen, sagt er. No, 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 no. Oder im Chat. Na, der, 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 der sucht sich auch einfach aus, wann er mal... Wann er mal hoch... Wann er mal hochfliegt und wenn... Ja, ne, wir haben heute keinen Bock besonders hochzusp... Och, Menno! Ich will doch einfach nur noch rüber. So. Den hauen wir jetzt und dann machen wir das nicht so, sondern... Beim zweiten haust du nicht stark genug, glaube ich. Ja, aber... Ja! Ja, siehste! Kamera! Cheers! Was willst du machen? Uh! Ja! Ah! Ja, gut. Nur aufpassen, jetzt nicht übers Ziel hinausschießen. Du willst auf den Schläger. Guter Zwischenstopp. Du willst jetzt aber nicht direkt über die Tanne, glaube ich. Nee, 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 nee. Aber wie mach ich das mal? Oh Gott, ich hab Angst. No, ja, nee, das ist nicht so schlimm. Wollte kurz sagen. Ist ein Rückschritt, aber ein kleiner. Ja, den nehmen wir auch. Geh einfach noch mal zurück. Nein! Da ist er zu viel gebounced. Ja, der kleine Zipfel-Boy hält nämlich nur, wenn er... Nee, der Luri hat keinen Bock auf Zipfel. Ich seh schon, nachher reden wir einfach, ich auch in meinem Gehirn die ganze Zeit. Oh Gott. Mhm. Jetzt macht sich's der Luri bequem. Oh! Wunderschöner Schlag, das muss man ja auch mal sagen. Das muss man einfach mal sagen. Das war ein astreiner Bogen, direkt rein. Ich hab Angst. Ist das Vogelgezwitscher? Ist das ernsthaft da? Ich glaube, das soll dich beruhigen. Ich sollte sagen, hey, das ist gut. In der Tour ist dein Freund. Die Vögel jubeln dir zu. Wenn ich den jetzt da so... Fuck. Du musst einfach nur zweimal ditchen, wollte ich sagen. Zweimal den, weißt du? Ja, ich müsste eigentlich, dass er so kriegt, und von da müsste ich ihn da runter... Weil ich glaube, wenn du ihn da noch mal so drauf haust, dann ist er auch safe. Oh mein Gott, Alter. Du schaffst das, Nasti. Wir drücken jetzt alle zusammen vor den Empfangsgeräten. Drücken jetzt wieder auf. Du hast viel zu schnell geschlagen, aber du verlässt mal die Autos. Ah! Gott. Ciao. Oh, scheiße. Hey, Nasti. Oh, scheiße. Hey, das ist ähm... Das ist schön. Hatten wir uns jetzt eigentlich geeinigt, was das hier für ein Baum ist, oder was? Nee. Birke? Sagt der Chat? Mhm, 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 mhm. Was mach ich hier? Ich hab keine Ahnung. Du spielst dieses Spiel sehr gut. Das machst du. Nee. Doch, doch. Du bist schon... Warum denn? Wo willst du denn hin? Was willst du denn da drüben? Hast du gut gerettet? Hast du gut gerettet? Hast rein gerettet. Souverän. Hast rein... Oh, dabadabadabadu! Ich weiß nicht, warum Flintstones da sind. Keine Ahnung. Oh Gott Oh Mann Ach ja Aber weißt du, wer jetzt gleich kommt? Grüni kommt wieder Oh Gott, deine Steine, deine Freunde Oh Gott, ich hab's ganz vergessen Deine Steine Grüni, dein Freund Wie hab ich's denn hier vorhin? Ja, ja, ja Es irritiert mich Es irritiert Ja, nee Ja, und jetzt Warum Warum hat er denn da nur so ein kleines gemacht, warum ist er denn nicht darüber geschossen Wie ich's gesagt hab Ich weiß nicht, warum er ein gemacht hat Aber du Ich glaub, du musst nur Du musst genau einen starken Schlag Und jetzt stark nach links und gleich wieder Ja, siehst du, Nasti Easy peasy, lemon squeezy Genau, locker aus dem Handgelenk geschüttelt Den Luri über den Baum geditscht Luri, Luri oder Luri Was immer du möchtest Hey Grüni, na, was geht? Grüni Oh nein, Grüni Warum enttäuscht dich Grüni schon wieder so? Mach mal an mich aus Ja, guck mal Ja, guck mal Grüni ist dein Freund Nein, 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 nein Da, 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 da Da musst du Ein bisschen schräg links, glaub ich Ja, aber ich dachte einfach Hey Zu viel Nee, du kleine Kackmaus Ja Wenn ich versuche, mich selber zu zensieren, kommen die merkwürdigsten Dinge raus Es kommt was sehr Gemeines mit sehr Niedlichen Ich find's schön, wie du dann oft davor stoppst und merkst, ah warte mal, Maus Saved Ah, stolz, 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 stolz Warum? Wer hat dich denn eingeladen überhaupt, Sebastian? Soll ich nicht alleine? Ich kann auch aus dem Raum rausgehen Nee, du bist jetzt hier mit bei Du leidest schön mit Und ich schreie dich an, wenn ich möchte Ja Also wenn es mir schon so hat, geht es klar, komm schrei So, wie hatte ich jetzt den Pimmel-Boy hier rüber geschniedelt? Fick dich! Oh Mann Was macht das hier eigentlich? Du bist, glaub ich, erst nach rechts gegangen Und bist dann direkt nach links rüber Das war der Trick gerade bei dem Ja, komm doch Geh wieder Fick dich Ich hätte gerne, ich glaube, man muss das schneiden So ein Vorher, Nachher Nasti am Anfang Und Nasti am Ende von diesem Let's Play Slot Vor allen Dingen, bis ich meinen Verstand komplett abgegeben habe Dauert es auch nicht mal lange Ja, man hört es leicht bröckeln Ja, der Ganz leicht schräg links Achso, oder so, ja Ja, weil der Macht ja da seinen Kuckuck Der macht da Kuckuck So Also jetzt für dich, glaube ich Also eben gerade hast du es ja gemacht Dass du erst mal nach rechts rüber bist Ich glaube, das war eine gute Genau Sehr schön Genau da in diesen durchrein Und dann Nee, 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 nee Was machst du denn? Zu schnell Ja, grüner Pupkack Muss ich hier wieder Der grüne Boy fängt dich auf Der ist für dich da Siehst du? Nee, der lässt nicht fallen Aber Herr Orange ist da Herr Orange Mit offenen Armen Begrüßt und aufgefangen Diese Musik Sehr schön Nö Stop Puff Das man Man kann dann auch einfach nichts machen Man sieht einfach nur, wie man In die Todeshölle Ja, genau das wollte ich machen Du dummes Kackloch Tony lustig sagt Basti, wenn man in einigen Tagen Deine Leiche findet Wir wissen Bescheid Man wird bei mir Keine Leiche finden Keine Sorge Oh shit Gut Ich verabschiede mich dann mal langsam Auf Wiedersehen Stop it Du Arsch Oh fuck Ich hatte noch den Piss angeschniedelt Wegen dem Ich hatte noch den Piss angeschniedelt Maus Und Dean beschwert sich auch Kannst du mal leiser sein Oh Mann ey Ihr versucht mehr zu schlafen Ich kann mir das nicht Ja X Schmolex hat die richtige Vermutung Dean frisst die Leiche Ja ich höre doch super viele Crime Podcasts und so Ich weiß Das habe ich glaube ich in meine Kalkulation Nicht mit einberechnet Dass du gut informiert bist Stop it Ja gut danke Und weitermachen Und hier rüber Und Nö Nö Ja jetzt Grün Grünibert Grünibert Yes Immer ein grünibert macht No 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 Wir ballern auch auf jedem Stein so Vielleicht halte ich jetzt Nein oh doch nicht Aber vielleicht jetzt Nö finde ich doch nicht schön hier Toodles Warum ist er Engländer? Keine Ahnung Oh Mann ey Es ist der pure Hass Pure Hass Grüni Boy Ja komm wir chillen Fick dich doch Ja und jetzt hat er da sein Ärmchen Wieder rausgekommen Kann man da nicht so Alter Ne So machen wir das nicht Selbst der Chat ist schon infiziert Der Ball hat sich schön wieder nach unten geschniedelt Könnt ihr bitte ab sofort überall so schreiben Damit ihr alle einfach Nemo und Luri und durchgeschniedelt Ich finde das etabliert sich jetzt als Ja ich Ich finde auch in der E-Sport Szene von diesem Spiel Das sind ab jetzt einfach Fachbegriffe Ja Wenn man nämlich Vielleicht ein bisschen mehr Ich trau mich nicht weil dann sagt er sich da wieder Ja ja der war gut Oh Okay Also ich würde wieder sagen Volle Pulle Ja und dann So stehk unten Ja ja ein bisschen niedriger Ja ja Sehr schön Wir sind wieder beim Spaten Meine Hände sind spitzig und kalt Komisches Phänomen Vielleicht weil sich Wut mit Frustration und Aufregung mischt Das ist vielleicht irgendwie so eine chemische Reaktion Die dabei dann entsteht Ist Wut Ist es dann auch sowas wie bei Panik oder Angst Dass man ja wegrennt und dann das Blut eher in die Beine geht Und deswegen das Blut woanders nicht braucht Dass die Wut in die Beine geht? Nein Deswegen geht die Wut auch in die Beine Ja weil wenn man nur noch Angst hat Dann geht doch das Blut mehr in die Beine Weil man bereits dann sagt zum Wegrennen Ist das bei Wut auch so Aber müsste ich nicht eher damit Ich wollte gerade sagen Bräuchtest du dafür nicht eher die Arme? Mhm War's gut Ja mein Gott Aber gut Oh Gott das ist aber wahr Ich hab mich gerade gesehen wie ich dagegen bounce Und wieder runterknalle wie so ein Lämmchen Wie ein Lämmchen? Was halt Lämmchen so machen Die hauen irgendwo gegen und kullern wieder runter Ich kann nicht mehr denken Ich kann einfach nicht mehr Es sind einfach nur noch Wörter Die aus meinem Ist okay Es ist sehr unterhaltsam Also ich hab sehr großen Spaß Ich könnte mir meinen Feierabend schlimmer vorstellen Das ist wunderbar Ich hoffe auch ehrlich gesagt Dass du damit nicht durchkommst heute Und dass wir einfach einen zweiten Teil machen Ich werde das niemals schaffen In meinem ganzen Leben nicht Das ist nichts was ich in meinen Lebenslauf schreiben möchte Daniel Röder gibt dir Tipps Jetzt nur noch über den Kackspaten schniedeln Und dann noch das letzte Stück zu Ende pimmeln Musste ich erstmal zweimal hingucken Bis ich gelesen hab Was er geschrieben hat Ja aber wenn der Lurie sich dann nachher wieder reinschniedelt In den Piss Dann ist sowieso vorbei Ja ey wenn der sich einen Kiss reinschniedelt Dann ist echt Das ist nicht Dann wird Das wird Nee Weißt du Wenn das alle sagen Dann klingt das als Würde ich total ein Mumpitz erzählen Die ganze Zeit Nein Vor allen Dingen wenn das alle sagen Dann wird es einfach viel weniger Mumpitz Dann ist es ja wirklich etablierte Ja aber weil ich es dann wirklich höre Was Achso Was war das für eine professionelle Lockungstechnik Einmal kurz alles durchschütteln Ist gerade so ein bisschen dein Yoga Ja auf jeden Fall Weil ich richtig wütend werde Die Figur nennen wir irgendwie Nö Das Flaggengirl Flaggmann Flagg Was redest du? Das hier Ich versuche gerade dafür eine Ah der 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 Werbe Flubi Boy Stimmt Wie heißen die denn? Ja keine Ahnung Aufpuste Peter Aufpuste Peter Keine Ahnung So Jetzt hier volle Düse Und dann Volle Düse Ja und den Piss rüber Schniedeln Es ist so Wie ist denn das? Er sucht sich das auch einfach aus Wenn man das mal machen darf Den zweiten Schlag meinst du? Ja Ja? Nee ich glaube Musst du dann nicht noch nach unten ziehen vielleicht? Also weil du dann Wieder zu nah am Ball Und gleich fliegt alles wieder zurück Ja Guck mal so Aber da hättest du Wenn du da jetzt noch mal nach oben Jetzt bist du unter der Tante Mann geh doch doch mal weg Da musst du halt nur mehr Power Ich glaube du musst noch mehr runterziehen Ja Sebastian Das geht aber nicht immer Weil so wie jetzt gerade Dann konnte ich ihn nicht mehr runterziehen Den Kacki Guck mal wie du den da Hier volle nimmst Das ist doch super Wo war er? Der Chat fragt Bei wie vielen Schlägen sind wir? Willst du gleich mal einen Zwischenstand geben? Tausend Oh du hast Jetzt Mauszeiger Ich hab Mauszeiger Mach nur Geh nochmal ins Menü oder so Vielleicht geht er dann weg Rechte Maustaste? Geht nicht rechte Maustaste Oh Oh jetzt ist das Mausieboy nicht mehr Jetzt Gefixt Nee aber jetzt kannst du wieder normal spielen wenigstens Ja ja Immerhin Aber ich kann nicht Menü Na gut Aber ich kann nicht Menü Ich kann auch keine Sätze mehr bilden Ach komm Ey das war vorhin die ganze Zeit Easy peasy Lemon squeezy Und alles mögliche Aber jetzt ist es vorbei oder was? Klick 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 Oh Wütend auf dem Golfball sein Auch war mir eine ganz neue Erfahrung Ja guck hier Kein Tipp von mir Nimm nicht dass du mich anfährst Mr. Hawkins im Chat Sagt Versuch Doch den Lurch auf dem Spaten zu lümmeln Auf gar keinen Fall Da geh er wieder komplett runter Ja Es ging ja auch vorhin die ganze Zeit Warum Warum ist dann Was hat er denn jetzt für ein Problem? Das ist der zweite Schlag Der müsste nur ein bisschen mehr Power haben Ja und das hat er ja schon mal hingekriegt Der Arsch Also du musst glaube ich Musst du den Daumen Oh ich hasse dich so sehr Hättest du jetzt Fick dich alter Oh da siehst du da ist er auf dem Spaten gelümmelt Das ist er Und jetzt war Kackis Nein Wie du das auch sagst währenddessen Jetzt war Kackis Man muss nur wirklich nicht an sich glauben Dann ist das unmöglich Selber gut zureden Das Spiel hast du durchgespielt Auf jeden Fall Ach man Ach man Ja Guck mal Kleiner Ball Wir hatten vorhin das schon zweimal Dass du darüber gepest bist Wunderschön war das Und jetzt Was machst du jetzt? Gar nichts Warst du Arschloch Krieg dich Jetzt habe ich einfach geträumt Und habe gedacht Nö mach ich nicht Because it's fun Because it's fun Mein Gehirn setzt aus Es tut mir sehr leid Go for it Go for it Das hilft dir glaube ich Du musst dich selber Damit motivieren Wo möchten wir hin? Wir möchten darüber Go go Gadgeto Nee da musst du weg Du Arsch So und jetzt Bam Suzanne Nee auch nicht Oh Mann Oh Ja Sieht fast aus Wenn man da lange Langrutscht Als wäre es Schnee Was? Ich glaube du Halluzinierst Oder so Oh Er ist der zweite Schlag Ja Er möchte manchmal Einfach nicht Weil er ein Kackboy ist Ist nur Kannst du Quasi Bespuckst du gerade Den Bildschirm Kannst du Wenn du den ersten Schlag Gemacht hast Kannst du gleich wieder Die Maustaste drücken Weil der muss sich ja Glaub ich kurz aufladen Der Schlag Weiß ich auch nicht Ich hab das nicht studiert Sebastian Ja ich will ja nur Ich versuch ja nur Ich weiß aber Ja Da war gar nicht schlecht Mein Concentration Is gone Es hat seine Sachen gepackt Und hat gesagt Toodles 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 Der Ball vor allem Hilfe Mein Gehirn Was ist denn hier los Und man kann mich nicht leise machen Was? Ja Was? Wen willst du leise machen? Guck mal Immerhin spuck ich nur Den Bildschirm an Und nicht dich Ja ey Ich beschwere mich nicht Also hier habe ich nicht wirklich gespuckt Ich habe nur sehr laut P gesagt P Ach come on Ja Mhm Den Cuckboy Beherzt übers Holz schniedeln Ich würd so gern, ich würd so gern, ich nur noch, ob du eigentlich nur kacke und dumm bist. Ich fühl mich immer so angesprochen. Die meckert nur, in einem Stück ist das fantastisch. Denken sich wahrscheinlich, ihr wollt schlafen, Leute, und ihr schreit rum. Okay, warte mal kurz, warte mal. Warte, nicht da lang. Wenn ich dich so, nee. Kolibri im, oder Kolibri im Chat sagt, haha, der arme Sebastian. Ja, genau. Ja, genau. Der arme Sebastian. Oh, muss er jetzt hier sein und sich anschreien lassen von der Nasti? Der tut mir so leid. Der hat da gar nichts mit zu schaffen. Fick dich in einen Fick. Nemo. Nemo. Wer? Warum? Hi. Wie lange das dauert? Du warst vorhin da echt voll schnell rüber. Was ist da los? Ich verstehe auch, ich weiß nicht, aus welcher Welt. Keine Ahnung. Och, kack, alles. Ich weiß es doch auch nicht, Sebastian. Das ist hier mit Absicht so reingebaut. Das muss so sein. Ja. Nee, nee, der muss irgendwie... Ja, sonst schmiedel den Eumel mal auf den Sparten. Ich geb schon mit hoch. Guck, dazu bringt dich das Spiel. Das ist auch gut, oder? So richtig mitreißen nennt man sowas, glaub ich. Kann ich den nicht dreimal pissen? Mann! Ja, dreimal pissen wäre natürlich auch nicht schlecht. Dann könnte er vielleicht auch rüber... Oh, Alter. Das ist so schlimm. Ich hab mich doch nicht... Yes, yes, no. Das war dreimal? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich hab's auch nicht hingeguckt. Puh, okay. The Fear Pie. Das muss extrem frustig für Basti sein. Siehst du? Ja, hm, frustig. Für Sebastian. Och, kack doch, Alter. Warum hab ich das denn vorhin... Wie? Welche... Welche Clickery-Klee-Version von mir hat denn das darüber gekriegt? Das war doch einfach nur Glück. Das war so das... Das ist bestimmt vom Spiel. Oder du musstest halt wirklich mit dem Spaten versuchen. Also, der Chat sagt auch Spaten. Wahrscheinlich. First fucking try! I don't know! Und davor hast du dich so lange... Aber jetzt auch. Jetzt machst du den richtig. Ja! Yes! Mega gut! Siehst du? Der Spaten, das ist deine Strategie. Das ist sie. Das ist sie. Sehr gut. Vielen Dank, Chat, nochmal fürs Ermutigen, äh, fürs Ermutigen, dass du das auch schaffst. Yes. Thank you very much. Für dich ist keine Herausforderung groß genug, und du schaffst das. Alles. Vertrau mir doch einfach. Ja, war schön, oder? Fand ich das Spiel auch so gut wie ich? Machen wir eine Pause, oder was? Nein, nein. Also... Hey! Du hast noch dein größtes Hindernis vor dir, glaube ich, die... Mein Leben. Ich meinte eher das Loch im Boden, aber ja... Ne, Dean? Da schüttelt's dich. Dini-Bär, nicht meine Hand jetzt schubsen. Das könnte Tote geben, sonst. Ach, komm, bleib doch da... Ich befürchte, das würde nicht Dean, sondern ich. Oh, ich hab so Angst. Ich hab so Angst vor dem Baum. Dean, kannst du Hilfe schicken? Schick Hilfe. Hi, ja, das ist deine Hilfe. Ich hab auch ein bisschen Angst. Oh. Oh. Okay. Jetzt, jetzt. Danke. Wenn's jetzt nicht klappt, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, ich find das auch alles sehr anstrengend. Bist du müde? Versteh ich. Dankeschön. Nein, gut, er hat halt auch nicht dir zugeguckt. Dann wär er nicht müde gewesen. Das ist nämlich so spannend. Der fragende Blick so. Warum bist du so aufgeregt? Hab ich was gemacht? Du schaffst das. Du machst das jetzt ganz einfach. Ich brauch so viele Kussis. Ja, danke. Ich muss das jetzt hier machen und nochmal von vorne machen gleich, weil ich werde da ins Loch reinfallen, weißt du? Nein. Doch, werd ich. Weil? Ja, weil weißt du warum? Das ist mir schon zweimal passiert, dass ich da ins Loch reingefallen bin. Und du hast weitergespielt? Wahnsinn. Und weißt du was? Ich krieg dafür gar keine Kekse. Echt? Warum machst du denn das dann? Das macht doch gar keinen Sinn. Okay, ich muss jetzt mal weiter versuchen. Geh mal runter. Okay, viel Glück. Dankeschön, Schatz. Lass die. Du schaffst das jetzt. Lass die schafft das, ne? Lass die schafft das, hör. Ja. Okay. Wie viel war mit? Wie soll ich das? Also ich schieße ihn. Aber das habe ich ja jetzt schon zweimal versucht, aber dann... Du musst halt eigentlich noch einmal in der Luft so ganz leicht... Alter, was geht denn da oben ab? Nein, nein, das wird ganz einfach danach. Da sind Pferde auf einer Wolke. So schön. Mit einer akkuraten Föhnfrisur. Das hast du sehr gut gescannt. Schön, dass du dich an der Frisur erfreust. Ich bin so nervös. Ich bin so nervös. Ich bin so nervös. Mimimimi. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich glaube, du willst einfach nicht mehr raus. Nö, nö, ich bleib jetzt hier. Ah, nö, nö, nö. Ja, guck mal, da ist er doch jetzt. Das hast du easy geschafft. Den schaffst du jetzt auch. Versuch nur... Also zweimal schlagen ist, glaube ich, schon wichtig. Ja, klar ist das wichtig. Am besten nicht runterschlagen. Ja. Wie krieg ich ihn da rüber, ey? Oh, ich muss auf den Jürgen hier rauf, oder was? Ist Jürgen der Schläger? Ja, offensichtlich. Freut sich Jürgen auf deinen Besuch. Aber ist halt quasi nur hoch. Hm, quasi. Da ist er, Jürgen. Da ist er, Jürgen. Guck dir das an. Was muss ich denn da? Ja, ich wollte noch mal gucken gerade. Auf den Baum, ne? Auf den Baum? Ja, auf den Baum. Und dann dazu, Lieselotte, oder was? Wir haben jetzt alle Namen. Jürgen der Schläger, Lieselotte, das Pferd mit den blauen Haaren. Genau. Lieselotte. Oh Gott. Will dir auch Hallo sagen. Warum haben die alle so Frisuren? Ich kann es dir nicht sagen. Aber vielleicht sagt dir gleich der Entwickler was, wenn du es so weit geschafft hast. Cosplayer fährt, sagt Mr. Hawkins, das kann auch sein. Oh, verdammte Angst. Nö, nö. Jürgen, danke. Jürgen ist da. Jürgen. Ach, deinen Rücken. No. Wenn ich runterfalle, dann spielst du. Du fällst nicht runter. Du musst nur schön einmal nach oben und einmal nach... Easy peasy. Und jetzt wieder zu Jürgen. Men squeezy. Hm. Ich glaube, Nassli ist kaputt. Nassli, wie war dein Tag bis jetzt so? Ganz gut. Willst du nochmal, oder? Wieso traurig? Ich weiß nicht, ich finde das eigentlich ganz gut. Das ist purer Hass einfach. Du hast Jürgen besucht und du warst kurz vor Lieselotte. Also man kann nicht sagen, dass du keinen Progress hattest. Ja, Lieselottes scheiß Rücken wollte mich aber nicht haben. Ja, Dean, was sagst du dazu? Gib nicht auf. Du schaffst das. Du machst das. Spiel einfach weiter. Mach weiter. Wir wollen alle, dass es weitergeht. Mach weiter. Also, auf den Schoß. Oh Gott, Dean, du vergisst immer, dass du ein großer Hund bist, Schatzi. Wir versuchen das jetzt noch einmal, wenn wir zu den Steinen kommen. Warum hörst du mir eigentlich so aufmerksam zu? Das ist voll niedlich. Ja, ich auch, Schatzi. Ich auch. Also, das kurz vom Durchdrehen, oder? Der kleine Birkenboy. Da würdest du dran pieschen an den Birkenboy. Und dann würden wir beide Birkenboy auslachen, weil er so kacke ist und immer da unten steht. Und einen nicht richtig vorbeilässt. Oder, Dean? Wie oft würdest du dagegen pinkeln? So zweimal? Stimmt. Ich überlege gerade wirklich. Oh, ich glaube öfter. Ich habe vergessen, wie ich hier rübergekommen bin. Weil, wenn man eins geschafft hat, weiß man nicht mehr, wie man das andere gemacht hat. Und man alles... Sehr schön. Guck mal. Rutsch doch. Oh, Dean. So kann ich nicht spielen. Ich werde einfach alles singen. Und du musst mit mir zusammenleben. Das ist wundervoll. Kleine Steine, große Steine und ich hasse euch alle. Singst du das gerade passend zur Musik? Ich habe keine Ahnung, welche Musik. Ich habe nichts mehr. Du willst mich nicht fressen, ne? Nee. Auch das liebste Frauchen, ne? Ja. Hallo. Oh Gott. Er fällt mich an. Er frisst mich doch. Oh Gott. Er darf mich ans Kabel beißen. Er weiß nicht, was das ist in deinem Gesicht. Irgendwas ist da in deinem Gesicht. Ich rette dich. No, verdammter Pisswix. Kack. Nemo, 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 Nemo. Oh Mann. Wenn ich wieder singe, dass ich auf den Steinen bin und sie alle ebenwürdig hasse, geht es vielleicht? Fick dich. Ich meine, alles ist schön. In die Ruhe selbst. Vollkommen okay. Es ist auch cool, wenn von dir so Auszüge im Chat landen. Wie, was meinst du? Oh Mann, der verrückte Pisswixkack wieder. Pisswixkack ist doch einfach ein gutes Wort. Ja. Ein Wort. Zack. Bitte? Wui, bie, 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 bie. Und wieder danach gleich wieder so ganz süß. Ich habe gar nichts Schlimmes gesagt. Nein, nein, ich bin nicht ausgerastet. Nein, alles ist total cool. Ich bin total. Ich hasse vieles, ne. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Dean, aber mich entspannt das total, ne? Ja, ist wunderschön. Total beruhigend. So, und jetzt muss er einmal wieder auf den Spaten rauf. Also du hast es auch ohne geschafft, aber ich glaube, Spaten ist vielversprechender. Du kannst auch nicht so einfach. Ja, ich streiche dich ja weiter. Kannst ja gar nicht so schnell runterfallen, oder? Weiß ich nicht, Sebastian. Ich möchte es auch nicht rausfinden. Ich habe... Mega. Guck mal, wie gut du das machst. Deine scheiß Positivität. Ich hasse dich. Viel zu nett. Wutflüssigkeit kommt aus meinem Körper einfach. Ich muss mal wieder gegen den Bildschirm spucken. Ich glaube auch. Hat diesmal gar nicht so lange gedauert? Nee, es ging schnell. Sagt The German Guy auch. Ach, hello. Verdammt, ich habe geträumt. Nein, ich habe geträumt. Nein, ich habe geträumt. Nein, ich habe geträumt. Ich habe geträumt. Ich habe geträumt. Da muss man tanzen. Dieses Spiel bringt einen zum Tanzen. Das ist so eine gute Werbung. Fantastisches Spiel. Oh Gott, dang it. Komm her. Deine möchte mir tanzen. Wir müssen das wegtanzen, Deine. Ja. Ich verliere den Verstand. Wirklich, es ist mir gar nicht aufgefallen. Nein. Nee, gar nicht. Gar nicht sehr gut vertuschen. Ja. Ui. Ui. Oh, fuck. Eher bei euch so. Ich sitze da, nicht du. Mein Schnürsenkel ist offen vom krassen Dancen. Du findest hier wieder alles lustig. Oh Gott, ich fall gleich. Wow. Oh. Wo geht es hin? Wo geht es hin? Ach, Birki. Kleiner Birki-Boy. Ach, Hallöchen. Die Birke war schon einsam. Weil du so viel da oben rumgelurcht hast. Das bei dem großen Baum mit den Blättern, da ist man schon ein bisschen neidisch. Ja. Aber auch auf Jürgen, den Tennisschläger, war das Jürgen? Ja. Und Lieselotte, das Pferd. Das schon. Du machst halt so viel bei deinen neuen Freunden. Ja. Birki will auch nochmal das so ein bisschen bei ihm rum. Ach, Birki. Dann mach doch nicht deinen blöden Arm da so hin und mach immer so, ich will aber, dass du mich anfasst. Was? Ja, ich hab kurz nicht hingehört und plötzlich war es irgendwie seltsam, ging in eine seltsame Richtung, sagen wir immer so. Oh Gott. Ja, willkommen in meinem Gehirn. Aber aus dem Chat, Respekt für Nasti, das Stehaufmännchen. Weißt du, du, darauf hab ich halt gebaut. Also, du bist natürlich auch jemand, der sich gerne aufregt, aber du machst halt auch weiter. Da ist dieser Ehrgeiz. Da ist dieser Ehrgeiz. Steine. 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 Schweine. So. Ach komm. Im Kräude war es doch so. War doch gar kein... Fick dich. War doch gar kein Problem. Die ganze Zeit. Easy peasy. Lemon squeezy. Hier raufgebounced. Fick dich. Bleib doch stehen, du dummes... Waldtier. Ich hasse dich. Ich hasse dich nicht mehr so. Was bitte? Ist Leo the German guy? Ja, siehste, hab ich irgendwie bekannt, der Nickname bekannt vor. Er sagt nur, Nasti, bleib am Ball. Mach weiter. Ich wusste den nur einmal reinbringen, der war leider echt gut. Ich weiß, wo du wohnst. Unangenehm. Meinst du jetzt Leo oder meinst du mich? Euch beide. Okay. Leo, lauf! Es tut mir so leid. Schreibt er. Jetzt auf einmal, ne? Jetzt, wo wir Angst kriegen. Ich bin ne kleine Jazzmusik. Guck mal, aber wie easy du da jetzt raufkommst. Fick dich in dein kleines Poploch ein, du kleines Poploch. Tschüssi, tschüss. Wir haben das ja vorhin anders gemacht. Nasti, wir. Wir, weil wir das ja zusammen. Ja. Weißt du, ich bin bei dir und... Mhm. 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 Falls sich jemand mal gefragt hat, wie das so ist, mit mir in einem Raum zusammenzuarbeiten, als wir noch alle im Büro waren und mein PC nicht funktioniert hat. Fick dich! Das ist ne sehr gute, ne sehr guter Nachbau, ja nach, nach, ne wie nennt sich das denn? Nach, äh. Ach, ich hab zu viel gewollt. Ich hab einfach zu viel gewollt, schon wieder. Ich lerne nicht aus meinen Fehlern. Hier sind, äh, hier sind richtig viele gute Ballwortspiele jetzt im Chat, warte. Oh Mann. Ruhige, ruhige Kugel schieben, war schon. Ja. Musst du, ist wichtig. Ja, hm. Halt mal den Ball flach. Mhm, 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 mhm. Soll ich jetzt aufhören? Nö, nö, erzähl weiter. Okay, das bin ja auch nicht ich, ich geb's ja nur weiter. Ja, ja, mhm. Oh, doch. Ich bin ein Krackfick. Bitte? Mhm. Ach Mann. Guck mal, da war der kleine, der kleine Mäuserich hier am Hand. Hm? Die Maus an der Hand, die hat einmal so ein, bin ich weggerutscht worden. Ach, meinst du ihn oder so, der kurz hochgekommen ist? Nee. Die angestupst hat? Nee. Bip, budu. Guck mal, ich weiß eigentlich, was ich hier machen will. Aber ich verkack's halt trotzdem. Weil ich nur die, die, die Unruhe und die. Das ist nur die, die Unruhe und die. Ich bin. So. Hallo. Ich dachte, er rollt noch weiter. Ja, ich dachte auch und dann hätte ich geschrien. Fick dich doch. Nee, du sollst da auf Spati. Please. Please do the Spati Dance. Oh man. Oh man. Das ist Ball-Samen für die Seele. Ja, Markus. Lustig. Okay, ich hoffe. Ach komm, du kleiner Puppi-Pupp. Es ist, es, weißt du? Das ist, das ist, das ist, das ist genau die gleiche Geschichte wie mit der Tanne. Am Anfang, easy peasy. Gar kein Problem. Hier, klicke die Klick. Einmal rüber, geswitcht den Boy und dann fertig. Aber jetzt? No chance. Versteht man überhaupt, was ich sage? Doch, 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 doch. Ich kann nicht gleichzeitig hier und Sätze sagen, die Sinn machen. Wir sind, äh. Fick dich. Okay, gut. Nicht. Bei dir. Ja, ich spiele einfach Tennis mit mir selber, cool. Es ist Golf. Jetzt wirst du aber auch mutig bei dem, bei dem Sparten. Das ist die Ungeduld. Das ist der kleine, die Ungeduldshand, die da durchkommt, weil die sagt, oh, ich hab keinen Bock mehr. Jetzt machen wir einfach Dollar. Der war ganz gut. Ein bisschen Dollar. Ich glaube, ich lese lieber nicht noch weitere Ball-Wortspiele aus dem Chat vorwicht, aber dann werde ich wirklich getwittet. Komm, ja, nö, okay, dann lassen wir das halt. Ja, genau, ich wollte einfach komplett schräg gerade hoch einfach, ja. So cute. So, gut, dadurch, dass ich gesagt habe, ich lese keine Ball-Wortspiele mehr vor. Das ist eigentlich alles, was im Chat gerade passiert. Natürlich. Yes, yes, okay. Oh, 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 sehr gut. Never gonna give me. Ja. Juuui. Astrein, super gut. Oh, Astrein. Was war das? Ob ich dumm bin? Nein, hast du sehr gut gemacht. So, und jetzt machen wir das wieder zweimal. Einmal in die Luft und dann vielleicht noch einen leicht danach. Das schaffst du. Das war eben gerade gar kein Problem für dich. Das wirst du jetzt auch machen. Erst Jürgen und Lotte, nein, Lieselotte. Hallo, kannst du bitte ihren Namen merken? Wir werden ein bisschen herausfordern, aber das schaffst du. Oh, Alter, fuck you. Ich will nicht mehr. Wir hören jetzt auf. Jetzt geht's Schlag auf Schlag. Oh, mein Gott, ich will nicht mehr. Gut. Yes. Ganz leichter. Ja, ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Ein bisschen höher. Ja, easy. Guck mal, Jürgen winkt dir schon von da oben vom Baum zu. Also das Problem ist, er hat vorher, hat er sich mein Vertrauen erschlichen. Jetzt denke ich, da kann mir nichts passieren, aber ich weiß, dass es, wenn ich jetzt wiederkomme, tritt er mir einen Arsch. Mensch, da stelle ich dir jetzt die Frage, kann ein Schläger schleichen und kann ein Schläger einem in den Arsch treten? Ja, natürlich. Habe ich dir doch gerade gesagt. Entschuldigung. Also ich glaube, ich würde einfach ein bisschen weiter, kannst du noch ein bisschen weiter nach rechts? Nee, da rollst du runter, ne? Ja, ich war hier so. Oh, nee. Ah, jetzt hast du eine gute Ausgangsposition. Da ist er, der Jürgen. Guck mal, Jürgen ist für dich da. Jürgen ist einfach eine feste Größe in deinem Leben. Er soll mich auch einfach halten, wenn ich falle und nicht einfach nur da abhängen und so tun, als würde er nichts sehen. Er ist da. Er fängt dich auf, wenn du ... Ich weiß nicht ... Oh, warte mal, komm ich da raus? Ich weiß nicht, wie ich hier auf den Rücken komme. Ich habe keine Ahnung. Wo muss ich hin? Also ich glaube, ich würde zwischen Haar und Rücken. Ja, ja, dahin, ne? Genau. Das andere ist halt zu ... Komm, ich merke es. Lieselotte, die will, dass du vorbeischaust. Die sagt, komm her. Ich habe so ... Ich werde ... Du ein bisschen ... Ja, so ist es, glaube ich, gut. Nein! Aber Jürgen ist da. Jürgen, dein Freund und Helfer. Kleiner, süßer Schnurrbär. Ja, nö, Jürgen. Ja. Ja, nö. Was? Easy. Soll ich? Ja, ich weiß das auch nicht, Mann. Boah, du weißt das. Oh! Du weißt das. Ja, guck mal, Lieselotte ist auch deine Freundin. Lieselotte, und jetzt kommt ... Ach, du heiliger Bim Bam. Dann kommen noch ein paar mehr. Also auf jeden Fall gibt es auch noch ein paar coole Perücken. Ja. Nein, nein, warum? Was denn, warum denn, wieso? Weiß ich doch auch nicht. Ich habe nicht nachgedacht. Ich wollte mal gucken. Ich wollte mal gucken, was passiert, wenn ich nur so ein bisschen schlage. Nein, nein. Nein, 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 nein! Fuck. Nasti. 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 Ich bin ja noch miteinander. Ja. Also gehört, dass auf einmal hier Wind ist? Ich weiß nicht, wo kommt der Wind her? Ich weiß es nicht. Mann! Weißt du, Birki mit seiner scheiß Winkehand. Oh Mann, ey. Er sagt doch mal, hallo. Ich mag nicht mehr Hallo sagen zu Birki. Birki ist ein Arschloch. Schön, dass du wieder bei mir bist. Nee. Er will dich bei mir behalten, deshalb, er möchte dich nur nicht gehen lassen, weil er deine Gesellschaft so genießt. Nee, so kriegt man auch keine Freunde. Das wird, das klappt so nicht. Man kann nicht immer einfach nur die Hand hinhalten und dann piss man. Warum, warum kommt der da nicht mehr rüber? Wieso, wieso ist er scheiße? Warum steht er hier? Was ist überhaupt seine Aufgabe? Warum hat, war, er ist auch einfach ein Arsch. Birki, du wurdest hierhin verbannt, weil du ein Arsch bist. Ich sag, wie es ist. Fick dich. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Mann, er kriegt ihn nicht mehr hoch von da, oder was? Fick dich doch. Nee, doch nicht. Das fühlt sich auch an, wie er... Das war so richtig jetzt ungeduldig, oder? Ja, ach. Basti, eigentlich eine Risikozuglage bei dem Format, ist eigentlich eine gerechtfertigte Frage. Piss, Mann. Fick dich. Fick, warum denn dann nur so einen kleinen Lulli-Bärt? Dann hau ich dir doch... Ach, Alter. Fick dich. Purer Hass. Purer Hass. Ach, fuck you. Birki, niemand kann dich in einen. Aber weißt du, Birki akzeptiert es halt auch einfach. Du kannst ihm sagen, was du willst. Birki ist da. Er nimmt's... Nee. Er nimmt's hin. Oh nein. Er ist für dich da. Nein. Einfach nein. Er lässt dich halt auch einfach an seiner Schulter aus... kotzen. Ja, und bitte jetzt hier den... Ja, genau das wollte ich machen. Gar kein Problem. Fick dich doch. Ach, Mann. Jetzt ist es für mich auch einfach Magie, wie ich das vorhin so aus dem Handgelenk gemacht habe. Weil du immer jetzt oben auftauchst, du müsst erst eigentlich, glaube ich, den Mauszeiger noch mal ein bisschen runterziehen. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann ihn auch nicht runterziehen, weil er kacke ist. Oh Gott. Ey, ich hab's dir angeboten. Ich kann sonst auch nochmal, wenn du gar nicht mehr willst, dann... Ey, auch nochmal ne Runde. Wenn du wirklich aufgeben willst. Mir juckt das Bein. Mann, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Es ist für mich... Was ist denn los? Es ist für mich... Nee, das ist nicht möglich. No, Senor, no, no. Oh, da wärst du... Ja, aber da hätte ich ja noch einen kleinen Jumpy machen müssen. Einen kleinen Jumpy, ja. Ja, da ist sie doch... Ja, aber da bist du ja immer... Ja, ich weiß auch nicht, warum. Warum? Kannst du den... Ich will das nicht runterziehen. Ich weiß es nicht mehr. Hilf doch mal. Ich bin kaputt. Willst du schon mal helfen? Mach das mal. Bring mal den Ball über Birki. Versteht er nicht. I don't know, man. Wie habe ich das gemacht? Niemand weiß es. Nobody knows. Im Chat gerade. Data Deep. Uff, gerade mal ein Speedrun angesehen für die Distanz, die bisher gespielt wurde. Braucht der Speedrunner 14 Sekunden. Falsche Information zum falschen Zeitpunkt. Ich habe es gemerkt, als ich es vorgelesen habe. Ich möchte mich dafür öffentlich entschuldigen. Es tut mir sehr leid. Dean ist auf meiner Seite. Damit distanziere ich mich von meiner Aussage eben gerade. Ich verstehe mich nicht. Ich verstehe... Ich verstehe... Ich verstehe mich nicht. Wie? Wie? Also... Where and how? Why? Ich hasse Geometrie. Ich gucke jetzt gerade mal auf die Maus. S. Oh. So, erst wenn es entscheidend wird. Ich glaube, jetzt musst du die Maus... Beim zweiten Schlag musst du die Maus runterziehen. Ja, das Problem ist, dass er mich halt dann gar nicht mehr machen lässt. Ach so. Weil er manchmal... Oh ja, komm. Müssen wir das Spiel neu starten, ist es vielleicht. Weil er dann dagegen kommt und dann kann ich ihn nicht mehr... Naja, also eben gerade hast du ja immer ein bisschen mehr nach links geschossen. Aber wenn du wieder schlägst, machst du es halt von links. Entweder von oben oder von links. Was? Und du müsstest halt runterkommen mit dem Mauszeiger. Ja, du siehst ja immer den Beißen, drück mal halt mal Maustaste. Der ist ein Kreis gegen sie, siehst du ja immer. Genau, den musst du halt nur beim zweiten Schlag noch nach unten ziehen. Weil der immer von oben links... Ja, 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 jetzt wird er... Und warum macht er jetzt nichts? Weiß ich. Mann. Du bist die erste, die sich selber schlägt bei dem Unspielbar und nicht denjenigen, der ihm oder ihr das eingebrockt hat. Ja. Da ist er, siehst du, easy peasy. Ich sollte dich einfach dabei singen, weil er halb so will dann. Nee, wollte ich sowieso nochmal machen, stimmt. Nein, 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 nein. Ja, weil der dumme Arschloch da oben, der vor allem, der lässt einen... Ja, ja, ach komm. Ach, witschig. Wär auch alles dumm gewesen. Sonst. Na, das ist wenig. Oh, fuck you. Fick dich doch auch. Und dich gleich mit. Ja, ich hab keine Zeit dafür zu warten, bis du da unten angekommen bist, Mann. Jetzt mach ich das einfach nochmal die ganze Zeit, weil ich überhaupt nicht mehr weiß, was ich mache. Aber ich bin so dumm. Guck, das war doch ein sauberer Schlag. Einfach ruhig, in dich gehen. Ja. Hoch. Ja, ein bisschen zu freuen. Weil, ja, weil Ungedulds-Joe durchkommt. Weil er sagt, ich möchte jetzt einfach hoch mit einem Swish und dann... Ungedulds-Joe. Ich spreche jetzt schon von multiplen Persönlichkeiten. Oh, Gott. Dang it. Damn it. Damn it. I love you. Das ist Rocky Horror Picture Show, ich weiß. Mann, fick dich doch, Alter. Diese harmonische Musik. Nervt. Nervt einfach nur. Nervt einfach nur. Nein. Nervt. 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 Aber ich bin auch immer noch wütend. Aber so ... Aber so unspielbar, so das Format an sich, ist schon eine ganz gute Sache, oder? Also ich finde das immer ganz witzig. Vor allem dann, wenn ich nicht selber dran bin. Ja, ist witzig. Also wir haben auf jeden Fall eine unterschiedliche Auffassung von witzig. Das glaube ich nicht. Du hast unspielbar geschnitten, schon ein paar Mal. Ja. Und du fandest es ja auch witzig. Ja, schneiden ist ja auch lustig. Aber du hast ja dann quasi auch Leuten zugesehen, die ... Das neue unspielbar richtig auf diesem Stuhl sitzen. Ohne hinzufallen. Ja, komm, unspielbar ist schon eine gute Sache. Ich sag mal, wenn es so weitergeht, haben wir noch drei, vier Teile von diesem Spiel unspielbar vor uns, oder? Wundervoll, ja, weil vor allen Dingen ist es ja immer erfrischend. Man kann ja immer wieder von vorne anfangen. Ja, eben. Man lernt jedes Mal dazu. Man selber ist der Progress. Weißt du, das sind nicht irgendwelche Level-Schranken oder sowas, sondern nein, dein Skill. Was ist das eigentlich? Ja, lass uns andere Dinge suchen, die wir uns beschäftigen können auf diesem Spiel. Was passiert, wenn ich das hier aus Versehen rausziehe? Ups. Ach, du meinst den Stromstecker vom Rechner? Ja, ich weiß gar nicht, was dann passiert. Guck mal, jetzt sind wir schon fast wieder bei Jürgen. Achso, dein Progress ist gleich wieder zurück. Steckst du gerade, oder was war das? Ich versuche mich ganz weit unter den Tisch zu schieben. Dann klappt es auf jeden Fall besser mit dem Ball schlagen. Hast du drei. Fast zu viel gewollt auf einmal. Ja, so, und jetzt kommt den. Das hasse ich auch jedes Mal. Da bist du aber mittlerweile so geübt drin. Also, du bist da ja eigentlich nur ... Also, an dieser Stelle, da bist du nur zweimal runtergefallen. Ich glaube, die Angst ist größer als das Runterfallen. Es fühlt sich auch einfach ... Der Schmerz ist halt so groß jedes Mal. Das ist korrekt. Deswegen fühlt sich das nicht an wie zweimal. Hab ich dir schon gesagt, dass ich weiß, wie das Level weiter aussieht? Und dass es vielleicht nicht das letzte Mal ist, dass du in dieses Loch fallen kannst? Guck mal, aber das machst du wie ein Profi. Guck, und Jürgen ist am Start. Was soll mich auffangen? Warum kann ich mich denn da jetzt nicht hinstellen? Oh, was war das? Kollisionsabfrage ist einfach fantastisch. Jürgen sagt, nö. So nicht. Von da unten möchte ich nicht. Miep, miep, miep. Fick dich doch. Komm doch da hin. Wo ist denn dein Problem? Du kleiner, süßer Golfball. Hallo. Hallo. Hat Basti das eigentlich auch schon geschafft? Achso, nee. Ich hab's nicht gespielt. Der Sound hat zünden. Kann ich berührt? Ja, guck mal. Diese scheiß kleine Kerbe an ihrem Kackrücken und Hader. Diese kleine Kack-Ecke, wo man sich da reinpimmeln soll. Und da diese kleine Kack-Ecke ist so schwer zu erreichen. Just saying. Ja, aber du hast das schon geschafft. Weißt du, die Kack-Ecke, da hast du dich schon ein paar Mal reingepimmelt. Also schaffst du das jetzt auch. Bist du ja nur einmal daran gescheitert. Aber wie hab ich das gemacht? Also auf jeden Fall, volle Pulle, schräg unten links schlagen. Ich bin ein sehr guter Coach. Ich sollte das professionell machen. Wie schlecht kann man so ein O-Ton-Time. Weißt du was? Wir sehen Birki wieder. Yay, Birki! Birki ist am Start. Ich würde sagen, Birken-Hit im Chat. Super-Power-Birki. Ich hab wieder keine Ahnung, was ich hier doer. Ah, stimmt. Da waren wir ja vorhin, hatten wir da auch wieder ein kleines Problemchen. Aber das kleine Problemchen hast du relativ schnell überwunden. Ja, vielleicht nur eine halbe Stunde gedauert. Ja, es hört, dieser, 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 ha, 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 ha. Dieser Motivations-Skill einfach hört irgendwann auf und die Hand sagt nö. Die sagt nööö. Ja, die sagt nöö. Ich hab vergessen, wie Dinge funktionieren. Soll klicken, fick dich. What? Ja, guck mal, dreimal sogar. Ja, ich check das immer nicht hier. Dreimal, einmal, keinmal. Frrrr. Sound-Effekte selber machen ist mein Ding. Du, 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 du! Du kleiner Ball, geh hier rüber, du kleiner Ball! Im Speedrun hüpft ... Hüpft der Typ bis zu viermal. Wissen Basti und Basti das? Wie immer ... Das ist genau der gleiche, der gerade gesagt hat! Mit rechter Maustaste kann man's dreimal schlagen. Eins, zwei ... Nimmt, glaub ich, kein Wort mehr! Immer am höchsten Punkt, hat er gesagt. Zwei. Oh, warum bin ich nicht rübergegangen? Weil ich gerade einfach... Ich wollte gerade einfach nur gucken, ob es dreimal geht. Und dann habe ich nicht aufgepasst, wo ich bin. Eins, zwei. Also er sagt hier immer am höchsten Punkt, er sagt diesmal wirklich. Ich glaube es ihm trotzdem nicht, aber wer weiß, man kann es ja mal probieren. Eins, zwei. Es war dreimal, aber er meint sogar viermal. Eins, zwei. Okay, aber immerhin müssen wir jetzt am höchsten Punkt. Scheint ein guter Tipp zu sein. Jetzt kriege ich... Ich kriege so Nervositätsschmetterlinge in den Arm. Was sind denn Nervositätsschmetterlinge? Das ist, wenn du so aufgeregt bist und dich nicht mehr... Also kennst du das nicht, wenn du so gestresst... Ist wie verliebt sein nur in den Arm, oder was? Nein, aber kennst du das nicht, wenn du so richtig doll gestresst bist und so noch unbedingt was machen musst. Das beste Beispiel habe ich immer, wenn wir einen Beitrag machen und dann zum Schluss noch so die Quellen oder so kommen müssen. Und dann musst du die so eingeben und das muss dann auch noch schnell gehen. Und dann hast du Schmetterlinge, dann kriegst du... Das ist so ganz so... Boah! Das ist so ein inneres Zittern, so eine Unruhe und gleichzeitig so gestresst und... Hm. Haach! Haach! Das sind... Ja. Also das Gefühl so an sich... Ich hätte es vielleicht nicht... Also Nervosität an sich, aber Schmetterlinge in den Armen... Finde ich ist einfach eine sehr interessante Umschreibung. So ein Beben die ganze Zeit so brrrr... Also sie fliegen so ganz schnell. Also wenn ich irgendwann an deinem Büro vorbeigehe und du da so sitzt, dann weiß ich, ah ok, Schmetterlinge. Ich kann nicht... Ich bin so... Und das merke ich eigentlich immer in den Händen, aber jetzt habe ich es gerade hier aktuell. In der Schulter? Ja, hier Brustmuskel, Schulter, ja. Ok. I don't know. Ich mache die Regeln nicht. Du steuerst die Schmetterlinge nicht. Nee. Die kommen einfach. Ja. Ja, guck mal, das machst du jetzt super souverän. Guck mal, du hast es raus. Das war wahrscheinlich der Trick, wollte ich sagen. Die Tick, die ich hab. Der Trick, das mit dem höchsten Punkt. Also hier XD niemand oder wie immer. Das war... Du hast dich rehabilitiert. Wir glauben dir wieder. Nooo! Ich wollte gerade was aus... Es war meine eigene Schuld diesmal, deswegen kann ich mich nicht so doll drüber ärgern. Ich wollte einfach mal was austryen. Ich dachte nur gerade so, jetzt läuft's und dann habe ich dich nur wieder fallen sehen. Deshalb war ich so, ups. Ja, ich dachte, hey, wir versuchen mal was Neues. Aber wie man halt weiß, man sollte nie was Neues probieren, weil dann wird's halt kacke. Wenn's vorher so geklappt hat, wie es geklappt hat, dann sollte man nicht sagen, ey... Na gut, aber wenn du neues Rüstzeug hast und jetzt übrigens weiß, dass der Ball wieder runter... Ja, Grüni, Grüni ist dein Freund. Ähm, Grüni ist wieder da. Oh, Grüni denkt sich, ne, das war jetzt einmal zu viel. Der lässt halt nicht zu gerne, zu oft auf sich bouncen einfach. Sagt dann, ne, macht dann nicht mit. Der kleine Lulli, Mann. Oh, nee, warum? Nee, weiß ich doch auch nicht, warum. Nassi, jetzt muss ich mal langsam... Jetzt muss ich mal langsam böse werden, hier. Ja, du jetzt. Ich hab alles recht dazu, jetzt auch mal böse zu sein. So haben wir das vorher nicht gemacht. Aber guck mal, wie angeberisch du jetzt mittlerweile den Ball da jonglierst. Drei mal so, bing, bing, ach, jetzt mach ich mal nach rechts. Ja, ja, gute Ausgangslage. Und jetzt aber gleich rüber. Weg vom Untergrundzipfel, sondern gleich rüber. Bi, bo, bi. Und du hast noch 14 Minuten. Ich finde, also zu Lieselotte müssen wir noch mal kommen. Hallo. Jetzt kommt erst mal Spatiboy. Spatiboy ist am Start. Spatiboy, lass mich auf deinem kleinen Griff abhängen, kleiner Spatiboy. Oh ja, fickt dich auch. Lalalalalulu biluora. Ne, ne, da wollen wir... Ja, so. Angeber. Du bist ein Angeber. Womit? Ich weiß es nicht. So ust komm, mach mal... はuru fuhu.... Ich will zu viel immer auf einmal. Ist das... Das ist ein Problem, was ich generell habe mit diesem zu viel gehen was ich besitze auf einmal immer in n1cq niemand warum ich xd niemand gesagt er ist sich keine ahnung ich will ja meinen namen schlecht merken was wolltest du sagen was was gegen der satz nee das war nur ich habe ich habe vorhin hier der der uns ersten falschen tipp gegeben hat aber dann den richtigen tipp gegeben hat eben gerade falsch benannt deshalb musste ich gerade das einmal korrigieren sorry du warst zu welt du warst im spiel jetzt ist der zipfelshow hier am stil sie oder was nervt mein leben kuh klar wusste ich doch fahren in the sun easy coke mal gleich da schön ins erste dings und jürgi ist am start und hat bock meine interpretation für diesen song was denn was wie warum ich habe kurz weggeguckt und plötzlich warst du wieder unten ich habe auch keine ahnung was hier eigentlich gerade abgeht du warst du bei jürgen ja du dinge passieren einfach mal ist man bei jürgen und dann ist man auf einmal wieder nicht mehr bei ihm sind wir wieder bei bürki von jürgi zu bürki hä du brauche ich auch nicht warum warum macht er da so einen kleinen schleierschwanz draus was soll denn das fragen die ich habe ich dachte ich kriege ihn rüber das wäre so schön gewesen jetzt noch mal wieder ja du zählst mir doch nicht warum kann ich ihn da nicht einfach rüber juchten den lolifanz ich werde davon heute nacht träumen und sehr wütend sein aber nasti auch wenn du nur noch zehn minuten hast das ist ja gar kein problem wir können ja auch einfach nochmal ich habe alles vergessen was ich vorher gemacht habe so funktioniert mein gehirn ich habe keine ahnung mehr denn ich verliere mein verstand ich habe diese schmetterlinge schon so sehr ich glaube sie juckt ihr vielleicht auch in den fäusten ich verstehe ich verstehe diese logik dahinter einfach nicht verstehe es nicht die logik hinter diesem kleinen ball also ritter der blume empfiehlt ihr träum lieber von dem spiel für basti das ihn triggert aber eigentlich ist ja die regel erst wenn man ein spiel auch geschafft hat bei unspielbar kann man sich das nicht ach so ja jetzt machen wir hier neue regeln so wie es uns nämlich passt eigentlich müsste man das spiel auch gespielt haben ja also das ist ja nur bei dem vollwertigen nicht bei dem live wir spielen ein bisschen spielbar weil es spaß macht butterbrezel schreibt in chat haben sie gerade erst angefangen ja das der anfang des spiels wir haben gerade erst angefangen sind fünf minuten erste rennen ich habe keine ahnung was mich noch erwartet weiß auch überhaupt nicht wo dieses ich weiß nicht was gerade los ist ist der wurm drin jetzt warum die ganze zeit geht es doch ohne probleme es geht dahin und das geht darauf es geht dahin und putze lotion in the bucket so klang das ein bisschen bei das gut ist wir haben uns ja vorher noch gedanken gemacht was wir vielleicht als als wenn du zu schnell durchkommst alternative noch spielen dass du das überhaupt gedacht hast du das überhaupt dass du das überhaupt gedacht hast dass ich hier schnell durchkommen was ich dachte halt du bist einfach so souverän und so so ruhig und besonnen ich dachte auf jeden fall wie man mich generell beschreiben würde geduldig souverän sind auf jeden fall was ich für ein bild von ihr habe anscheinend ja schon kannst du mal sehen was ich für ein bild von ihr habe anscheinend schon ja ich weiß nicht ich dachte einfach du lässt dich einfach auch kaum zur ruhe bringen so beleidigungen sind ja vollkommen fremd ja ok ich mache nicht macht er nicht macht er sich da runter den klein war dann auch mal hier hin möchte wollte nur birgi sehen ja ja vor dem abschluss sollte noch runter gehen weil ich dumm bin ich bin auch einfach geil dass man auf sich wirken zu lassen so wieder schön so gebrochen vor dem rechner sitzt so leise diese fahrstuhlmelodie mitsummst und einfach immer das eine kleine prognose also das jetzt noch sechs minuten auf der uhr meinst du komm noch durch na klar gar kein problem also jetzt fängst du an mit dem speedrun geben was geil ist das habe ich auch schon immer wieder festgestellt bei dir selbst wenn du dich aufregst und wütend bist das ist irgendwie immer noch so als hättest du spaß ich habe gerade versucht ihn nachzumachen war eine sehr gute imitation wollte da runter weil ich einfach mal gucken wollte wie es hier unten so aussieht bierki winkt auch so links ins bild wieder rein so hey ein kleiner wieser boy ist dann ja nicht und will halt warum hat er denn da jetzt so einen kleinen pimmel draus gemacht fragen die bestelle oh gott ey so jetzt haben wir aber gehen wir nicht auf den untergrund zippen ja aber ich mache ja auch nicht die regeln siehst du doch doch die machst du regeln du schaffst 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 du stoppen nice hast rein pro move auf jeden fall ein spiel gar kein problem gar kein problem alles hier ist überhaupt gar kein problem und super fair aus der dschingel ja von dem spiel das ding ist aber das tut mir mittlerweile selber echt weh das ding ist es sind noch drei minuten 15 bitte es sind noch drei minuten 15 ja jedes mal frage ich mich wie ist das überhaupt machbar dass man da überhaupt rüberkommt aber du hast es ja eigentlich die ganze zeit geschafft ja und ich weiß es aber nie wie also gerade die letzten Male waren irgendwie mal gefühlt so schnelle fehlklicks ja das ist das fehlklicks beschreibt mein leben generell so sieht es aus als wenn ich es alles unter kontrolle hätte aber eigentlich ist nur upsie aus Versehen reingestolpert hupala habe ich einmal zu oft geklickt hat aber funktioniert mann ich will da einfach nur darüber über den kleine winkel boy ja genau so nehme ich stop it das eben ich habe keine ahnung was ich gemacht habe habe ich schon wieder vergessen also als du oben runtergefallen bist oder ne da eben bei der Birke achso ich habe keine ahnung was ich also wie du es geschafft hast weißt du nicht ne ich weiß nicht mehr was ich gemacht in dem moment denke ich immer ah ja klar und dann habe ich es wieder vergessen naaa hmhmhmhm ach dass der da oben auch so gebogen ist und dann da alle runterfallen lässt das ist total gegen teamwork ganz im ernst find ich scheiße einfach warum denn nach links du kleiner kackboy ich weiß mittlerweile auch einfach nichts mehr zu sagen ich bin wirklich so okay na gut dann mach dass es vorbei ist stop it mir wurde aber auch schon mehrmals empfohlen dass ich lieber ganz schnell laufen soll bevor die sendung vorbei ist ja ja ich habe ich habe ein bisschen platz neben dien ich könnte gleich türmen so wegstolperst das alles mitreißt das wäre genug tun für dich oder ja das weiß ich nicht wenn ich noch schön so ein bein brechen würde auf dem weg naja das nicht aber so richtig dumm einfach auch hinfallen ist es jetzt vorbei oder ne ich weiß gerade nicht das ist noch eine minute das ist so ein ganz ich kann ich kann ich kann das nicht beschreiben dieses gefühl was ich habe aber es ist wie so ein surren die ganze zeit im körper ich dachte schmetterlinge schmetterlinge im armen ja genau deswegen das sind die nervositäts schmetterlinge ja ich finde das sehr bildlich sehr gut umschrieben ja nasti machen wir das nochmal also du kannst mir ich bin ja fair du kannst mir auch das nächste mal was geben das ist ja nicht weißt du aber das format ist schon dufte da kann man nichts gegen sagen supergeil ich habe super fun und weiß auch auf jeden fall dass ich danach nicht mein verstand verloren habe denn habe ich nämlich abgegeben als ich hier den vertrag unterschrieben habe so nasti 20 sekunden einmal noch rüber zu jörgy ja i don't know ich kack hier auch gleich auf den tisch gut nasti ich bin dann mal tschüss ja gar kein gar kein thema gar kein thema auf wiedersehen ich spiel das hier durch ich bin bei jürgen du musst abmoderieren ja aber ich spiel das spiel ja jetzt hier durch ich abmoderiere hier nichts ab abmoderieren ja war schön mit euch war eine super fun of fun time gerne wieder schaltet auch das nächste mal wieder ein wenn es heißt wir vergeben wir geben unseren verstand einfach ab sobald wir den raum hier betreten ist nett mit euch wird euch gedrückt Küsschen tschau auf ihren scheiß Arsch fick dich kack kack kack